Herzlich Willkommen zu den besten Nachrichten am 17. April 2024. Der russische Präsident Wladimir Putin hat verkündet, mit sofortiger Wirkung seinen Angriffskrieg in der Ukraine zu beenden. Grund sei, so Putin, seine Freundschaft zu Gerhard Schröder. Sie habe zwar zwei Jahre lang keinerlei Einfluss auf ihn gehabt, doch jetzt plötzlich und völlig aus dem Nichts sei ihm klar geworden, dass er auf seinen Freund Schröder hören müsse. Gerhard Schröder kommentierte, er habe es ja immer gewusst und erwarte nun Entschuldigungen von allen, die jemals an ihm gezweifelt hätten. Gesundheitsexperte, Wirtschaftsexperte und neuerdings auch Migrationsexperte Jens Spahn hat seine Idee einer Migrationspause zu einem Selbstoptimierungskonzept weiterentwickelt. Er kündigt nun eine sogenannte Expertenpause an und gelobt, in dieser Zeit für kein weiteres Thema Experte zu werden. War die Teillegalisierung von Cannabis bis zu ihrer Umsetzung vor zweieinhalb Wochen noch Gegenstand heftiger Debatten, so hat sich die Diskussion seitdem merklich entspannt. Auch über andere Themen wird seit der Cannabis-Freigabe deutlich ruhiger diskutiert. Als größtes Problem im Bundestag stellt sich, dass während der Debatten nun immer wieder Abgeordnete einschlafen. Ausnahmslos alle Menschen auf der ganzen Welt sind zu der plötzlichen Einsicht gelangt, dass eine schwere Erkrankung einer berühmten Person nicht der Unterhaltung und Urteilslust der Öffentlichkeit dient. Aufgrund des schwindenden Interesses stellt die gesamte Medienlandschaft ihre live-tickerartige Berichterstattung zu solchen Themen ein. Eine Weiterentwicklung der viel diskutierten Wärmepumpe sorgt bundesweit für Aufsehen. Die neueste Wärmepumpengeneration besticht nicht nur durch noch höhere Energieeffizienz, sondern auch durch eine Zusatzfunktion, mit der sie ebenfalls als Flugtaxi genutzt werden kann. Alle freuen sich, nur die FDP ist verwirrt, weil sie nun nicht mehr weiß, ob sie die Wärmepumpe lieben oder hassen soll. Die Befürchtungen um Wasserknappheit durch das Tesla-Werk in Grünheide konnten zerstreut werden. Elon Musk hat angekündigt, für jeden Bot auf seiner Plattform X eine Träne zu weinen und diese Träne dem Wasserkreislauf um Grünheide zuzuführen. CSU-Politiker Andreas Scheuer tritt als Bundesverkehrsminister zurück. Dass er damit ein paar Jahre zu spät kommt, sieht ihm die Bundesrepublik Deutschland wie so vieles andere auch gerne nach. Der Entertainer Stefan Raab möchte sein TV-Comeback mit einem erneuten Kampf gegen die Profiboxerin Regina Halmich feiern. Was viele Fans mit leichter Enttäuschung als zu platt abtaten, soll laut Raab ein Sinnbild für die bisweilen destruktiv geführte Debatte zwischen den Geschlechtern sein. Ein Mahnmal gegen den ewigen Kampf um Deutungshoheit und gegen Bedeutungsverlust älterer Männer. Ein selbstironisches und kritisches Hinterfragen der Geltungssucht langjähriger Medienstars. Schokolade wird deutlich teurer. Grund dafür sind vermehrte Missernten als Folge von klimawandelbedingten Extremwetterereignissen. Die gute Nachricht, was jahrzehntelange Bemühungen der Wissenschaft und des Klimaaktivismus nicht geschafft hatten, ist nun endlich vollbracht. In Deutschland und vielen weiteren Ländern steigt das Bewusstsein für Klimaschutz analog zum Schokoladenpreis an. Und daraus folgt auch die beste Nachricht zum Schluss. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat diese Woche sein Gesicht nicht auf ein riesiges Schokoladenei gedruckt. Wir alle sollten dankbar sein. Das waren die besten Nachrichten mit Sarah Bosetti. Wir sehen uns am Sonntag um 21 Uhr auf Dreisat wieder bei einer ominösen Late-Night-Show mit dem Titel Bosetti Late Night. Auf Wiedersehen.